Eber, Eber, Heu. Der Schlachtruf der Faschingsgilde Ebelsberg-Kleinmünchen hat wieder Saison. Am 9. Februar veranstaltet die bunte Gemeinschaft den traditionellen Hofball im Tanzpalais Strauß in Ansfelden. Vorverkaufskarten erhalten Sie vom Tanzpalais unter der eingeblendeten Nummer. Eis über den Dächern von Linz, zumindest in der Eisbox. Bis zum 24. Februar kann man beim Linzer Eisrausch, Eisstock schießen oder kostenlos Schlittschuh fahren. Der Blick über ganz Linz und das Ambiente des OK Kunstwaldes sind inklusive. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Ballett für Kinder bietet das Landestheater Linz mit dem Stück Peter und der Wolf. Das Märchen für Kinder wird auf der Bühne der Kammerspiele bis zum 21. März veranstaltet. Tickets und Termine finden Sie online auf der Website des Landestheaters Linz. Die Fledermaus kommt nach Steyr. Am 17. Jänner wird das bekannteste und erfolgreichste Werk von Johann Strauß im Stadttheater Steyr aufgeführt. Harten für die Operette erhalten Sie beim Stadtservice Steyr oder bei Öticket.